Ja, weil Jonas musste jetzt, warte, wo muss, ja, Newe musste da hin, weil die seine Eltern nie da abgeholt haben. Ne, Norma. Newe. Keine Ahnung. Riefe ich bei mir, wo ich wohne? Newe. Oh, das ist doch alles das Gleiche. Nö, Norma, scheiße. Oh, was ist das jetzt? Hör mal, hör zu. Der musste zu Norma, das weiß ich nicht, aber weiter weiß ich nicht mehr. Ja, ja, und weil die seine Eltern ihn da abgeholt haben. Ja, und das habe ich, glaube ich, nicht verstanden. Ja, und dann habe ich das so tausendmal zerkleinnt, die so, hä, was wird jetzt um die Uhrzeit nachts allein da? Und ich so, Juli, und dann habe ich gesagt, geh weg, du störst, und dann kam Janis. Ach ja, das stimmt, der war ja so laut, gell? Dann hat Janis rumgeschehen, oh, ich lasse euch beiden lieber mal alleine. Juli? Hm? Meine Frage, kann ich, äh, kein, 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 kein. Alles klar, also ich beantworte mal auf, ja, mit ja. Ja gut, dann ist alles klar, dann. Äh? Was willst du überhaupt wissen? Keine Ahnung. Hab ich wieder vergessen. Oh, krass. Warum steht der unter dem Channel gesucht? Ja, hm. Frag mal, oder guck mal, wie der Channel heißt. Äh? 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 Ja, den kürt der. Ja, Juli! Was? Nenn den mal um, okay? Nein, ich mein's schon. Oh, da nenn ich ihn nicht um. Der wird erst umbenannt, wenn's wieder so, ja. Äh, was? Achso, ja. Ja, 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 ja. Ja, das ist lang gebraucht. Also, drei Jahre später. Dumm, 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 dumm. War schon das grad offen? Was? Das Lied. Weißt du mich? Ja. Achso. Es ist ausgeleuchtet, ich brauch nur noch 3 äh, bieb, die Tür. Please give me a door. Ich franchiöne keine fucking Diamanten, Alter. Aber was finde ich? Gold! Das ist doch schön. Ich will aber nicht erst. Was ist denn mein Problem? Wurdendoor. Gibt es noch andere? Keine Ahnung. Wir haben zwei Hausschweine. Es wird noch eine Iron Dog geben. Sonst gibt es die Menscheldor. Warpdor. Äh. Äh. Ja. Was gibt's? Ist egal, ist egal. Mach nur weiter. Alles klar. Ich bau jetzt mal ein schönes Haus. Oh, es gibt Karpel der Blöcke. Juhu. Was gibt's? Ich will auch wissen. Oh, Scheiße. Ich hab eine Höhle. Oh Gott. Oh Gott. Dum 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 dum. Okay. Oh ne, Patty. Kannst wieder reden. Oh Mann. Nehmen wir das gleiche Spiel. Hey, was denkst du du? Ich hab ne ganz tolle Tür. Die kann man einfärben. Ich kann das damit nicht abbauen. Ich hab ne Tür, die kann man einfärben. Mit dem auch nicht. Warte, dann kann man die Tür einfärben. Ist mir egal, ob du die einfärben kannst. Oha. Mach das in Cobblestone Farben. Geht man's ja nicht so. Hehehe. Lol. Jetzt sieht's aus wie Cobblestone. Wie ne Cobblestone Tür. Geil. Warte mal, geht's dann auch, geht's eigentlich auch die Klingel? Ey, wenn's die Klingel gibt, ne? What? Das wär geil. Dann klingel ich jedes Mal, wenn ich reinkomme. Oh, kannst du's machen. Da gibt's auch ganze Einrichtungen und alles von der Mod. Nice. Warte, gibt's die überhaupt schon? Ne, gibt's die noch nicht. Oh Mann. Da gibt's doch die Doorbell noch gar nicht. Oh Mann. Warum in welchem Teckel gibt's das? Das ist ein, äh, den gibt's die. Äh, äh. Die, wie ist das? Mann. Äh, take off the beat him. Äh, da gibt's andere tolle Sachen. Äh, jetzt hab ich so ne scheiß Höhle je. Creeper! Oh! Ich baue mir ein neues Bett. Warum? Weil ich das Bett von Carpenter's viel cooler finde. Kann man, das kann man auch einfärben, wie man will. Oh, nice. Pink Fluffy Unicorn standing on rainbow. Pink Fluffy... Oh Gott. Und wie weitest du redest, höre ich nicht, wenn ein Creeper hinter mir explodiert. Das ist nicht mein Problem. Ich bin schon voll, Alter, lenkt mich. Ach ja, ich war letzt, was ich jetzt hier noch erzählen wollte. Ich war, äh, vor, ich glaub am Montag, was war das, oder? Montag? Keine Ahnung. Irgendwann diesen Monat war ich mal komplett blau angezogen. Ja. Leuchte eigentlich ein Bild von Stieg mir den Text runter. I'm blue da ba di wa ba di. Hehehe. Hab ich voll lustig gefunden. Ich nicht. oder oi oder f oder r original getreute bio kacke bio elefantenkacke in der tupperware box folge wer hat das kriegt broken soms tv glaube ich ja was hat doch bekommen ja und petri das auspacken was rock sams doch mal ein ding von schenkscheiße.eu bekommen ich habe überlegt habe ich das meine alten klassenlehrerin schicken ich möchte aber gern die straße wissen ich habe ein tolles neues bett julie es hat sogar kissen und ne decke lol da ist ein endermann ok der ist tot wenn es ein endermann so einfach zu besiegen boah wenn es wird es geht glaube ich nicht dann mache ich das mit mit oakwood und ich stelle das bett nein da stimmts nicht hin in das bett dahin da 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 ist es gut das bett doch ist das kräftige alles klar wenn man ein paar kisten noch ach man ich bin jetzt bei die bei die ich bin jetzt bei lava aber das sind keine dias wonderful in der 1 8 kann man ja kisten nebeneinander stellen das finde ich voll cool sonst gibt es keinen zwischenraum mit da drin ich soll es voll sozial von denen dass sie sowas machen gibt es das echt ja in der 1 8 kannst du die kisten nebeneinander stellen ich habe noch gar nicht 1 8 gespielt so schaut man kraft attack was schaut man kraft attack ja was ist denn das so ist doch das projekt von von keine ahnung was ja was macht eine fliege in der suppe was in deiner suppe was macht eine fliege in der suppe also geht es weiter mit den flachwitzen ja röckenschwimmen oh gott cola schmeckt besser aus was cola schmeckt besser als aus dem glas hä was wir haben ein deutschlehrer mir erzählt was war das was ist das ah cola schmeckt besser als aus dem glas hä 4 ok 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 jetzt ist es kommt hier äh rätselfrage hä wo bin ich denn jetzt ich weiß egal was für ein Bär läuft durch den Wald und schreit Kugel Kugelschreiber ja welcher Bär ja aber warum denn Kugel Kugel schrei Bär hm gar was ist Gertum kann nicht stimmen wie läuft ein bagger ist genauso wie was ist grün und mit wem wir uns an kopf bekommen